Es ist Ende November und das kann nur eine Sache bedeuten, es ist Black Friday. Wie jedes Jahr gibt es auch 2021 wieder zahlreiche Tools, die teilweise echt richtig, richtig gute Deals und Rabatte raushauen. In diesem Video will ich dir jetzt gerne meine Highlights vorstellen, also die Deals, von denen ich weiß, dass sie entweder für dich als Zuschauer, Zuschauerin dieses Kanals sehr interessant sind oder aber auch Tools, die ich dieses Jahr selber für mich entdeckt habe oder die ich generell viel nutze und die ich dir gerne weiterempfehlen möchte. Ich habe zusätzlich auch einen Blogartikel erstellt, in dem ich dir noch viel, viel mehr Deals vorstelle, als jetzt hier im Video. Den findest du direkt als erstes unten in der Beschreibung verlinkt. Schau da auch gerne mal rein, du findest da immer eine kurze Beschreibung zu den Tools, dann alles, was du dazu wissen musst, den Zeitraum, den Rabatt und ob du einen Gutscheincode eingeben musst oder nicht. WordPress-Themes und Plugins sind natürlich mit dabei, aber auch SEO oder generell Marketing-Tools. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass es auch die Elementor Masterclass noch heute für nur 9,99 Euro gibt. Der Link dazu ist auch unten drin. Jetzt kommen wir mal zu meinen Highlights und auch die Links dazu findest du in der Beschreibung. Starten wir mit dem Tool bzw. mit dem Deal, der sicher für viele hier sehr interessant ist, nämlich Elementor Pro. Wie jedes Jahr gibt es auch hier einen Black Friday-Rabatt. Das sind dieses Jahr zwischen 10 und 50 Prozent. Also abhängig davon, welche Pro-Lizenz du wählst, wie viele Seiten du eben brauchst, kriegst du entsprechenden Rabatt. Der wird auch ganz automatisch abgezogen. Du brauchst dafür keinen Gutscheincode oder so, sondern die Preise sind einfach im Moment reduziert. Nochmal zur Erinnerung. Was für Vorteile hat Elementor Pro gegenüber der kostenlosen Version? Mal abgesehen davon, dass dir deutlich mehr Widgets und auch deutlich mehr Templates zur Verfügung stehen, enthält Elementor Pro vor allem den Theme-Bilder. Damit kannst du wirklich deine komplette Website selber gestalten. Du kannst dir quasi deinen Theme bzw. die Theme-Bestandteile wie Header, Futter, Kategorien usw. selber im Drag-and-Drop-Editor erstellen. Außerdem ist der Pop-Up-Bilder enthalten. Damit kannst du Pop-Ups aller Art gestalten. Du kriegst mit der Pro-Version Zugriff auf viele extra Website-Kits. Auch hier, je nachdem, welche Variante du wählst, kann es auch sein, dass es hier nochmal mehr sind. Also ab dieser Experten-Version hier mit den 25 Lizenzen kriegst du hier nochmal mehr Website-Kits. Hier sind aber auch schon einige mit dabei. Und damit kannst du dann halt wirklich innerhalb von Minuten deine komplette eigene Website erstellen. Was jetzt hier nicht steht, aber es gibt in der Pro-Version zum Beispiel auch eine WooCommerce-Integration. Das heißt, du kannst dann auch deinen Online-Shop komplett mit Elementor bauen. Da gab es jetzt vor kurzem übrigens nochmal ein extra Update und einige zusätzliche Widgets genau dafür, damit du eben deinen Online-Shop auch wirklich ganz flexibel erstellen kannst. Ich selber nutze Elementor Pro schon wirklich lange. Ich habe es auch irgendwann mal zu Black Friday gekauft. Ich habe diese Variante hier mit den drei Lizenzen. Da gibt es jetzt also gerade 20% Rabatt. Insgesamt geht die Black Friday-Aktion bei Elementor bis zum 2. Dezember. Mit Elementor Pro habe ich also zum Beispiel die Toolkiste-Website gebaut. Allerdings nicht nur damit, sondern in Kombination mit dem Essential Bundle von Astra. Astra ist das Theme, das ich verwende und das hat in der Pro-Version nochmal deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Da musst du mal schauen. Je nachdem, wenn du zum Beispiel Astra Pro hast, kann es auch sein, dass du Elementor Pro gar nicht brauchst, sondern da mit der kostenlosen Version auskommst. Das kommt natürlich ganz darauf an, was du machen willst. Ich will dir jetzt aber auch gar nicht hier nur Astra Pro vorstellen, sondern vor allem das Essential Bundle. Das ist eben dieses hier. Und da gibt es eben neben Astra Pro, das hier enthalten ist, gibt es dann auch noch ein extra Plug-in dazu. Und zwar Ultimate Add-ons for Elementor. Das kannst du hier auswählen. Oder natürlich für den Beaver Builder, falls du den nimmst. Ich habe eben hier die Elementor-Version. Und das ist quasi eine Erweiterung für Elementor, mit der du dann nochmal über 40 zusätzliche Widgets kriegst. Da habe ich auch schon einige Videos zu. Ich verlinke dir mal die Playlist hier oben, falls du mal reinschauen willst. Das sind vor allem auch viele Widgets, die eben bei Elementor Pro selbst nicht dabei sind. Das heißt, du kannst das Ganze damit nochmal ergänzen und hast einfach noch ein paar mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und mit Astra Pro und Ultimate Add-ons hast du dann nämlich auch diese Starter-Templates hier. Diese Premium-Starter-Templates. Genau, das heißt, das kann das Ganze nochmal ein bisschen erweitern. Auf das Bundle gibt es auch einen ordentlichen Rabatt. Das sind hier 39% bei der jährlichen Zahlung. Der Rabatt, den gibt es aber auch auf die Lifetime-Version. Die habe ich auch. Da stellst du hier oben einmal auf Lifetime um und dann hast du eben keine jährliche Zahlung, sondern nur eine einmalige. Und hier sind wir dann sogar bei 50% Rabatt. Die Black Friday-Aktion von Astra gibt es bis zum 3.12. Und auch das kann ich dir also wirklich absolut empfehlen. Als nächstes kommen wir zu Real Cookie Banner. Und hier bin ich wirklich sehr froh, dass ich das dieses Jahr entdeckt habe. Real Cookie Banner ist für mich derzeit das beste Cookie-Plugin für WordPress. Es ist damit super einfach, die Tools und Services zu finden, die du auf deiner Webseite nutzt und sie dann eben DSGVO-konform auf deiner Webseite einzubinden. Den Cookie-Hinweis selbst kannst du natürlich auch gestalten im Customizer und das Besondere an der Pro-Version sind hier die Vorlagen. Da hast du für richtig, richtig viele Tools dann schon die richtigen Texte hinterlegt und damit sind es dann echt nur ein paar Klicks, um die Cookies richtig einzubauen. Also wie gesagt, absolut gutes Plugin und heute, aber wirklich nur heute, am 26. November an Black Friday, gibt es für 333 Bestellungen 99% Rabatt auf das erste Jahr. Nur heute, nur für 333 Bestellungen 99% Rabatt und zwar mit dem Gutscheincode BF2021. Blende ich auch hier mal ein, falls du das verpasst hast, weil das Limit schon erreicht ist oder du das Video erst am Samstag anschaust oder so, keine Sorge, bis zum 1. Dezember kannst du dir noch 50% Rabatt aufs erste Jahr sichern, was immer noch ziemlich gut ist und zwar mit dem Code BLACK21. Absolute Empfehlung, also auch für Real Cookie Banner und vielleicht kannst du dir ja sogar noch den 99% Deal sichern. Das nächste Tool, was ich dir vorstellen möchte, benutze ich selber noch gar nicht so lang, erst ein paar Wochen, frag mich aber, wie das bisher an mir vorbeigehen konnte. Und zwar geht es hier um Surfer SEO, also ein Tool für die Suchmaschinenoptimierung. Die Funktion, die mich am meisten begeistert und die ich am meisten genutzt habe, ist der Content Planner hier. Da gibst du quasi einfach dein Thema ein und das Tool recherchiert dann für dich Unterthemen, zu denen du Content erstellen kannst, jeweils schon mit mehreren Keywords. Und damit nimmt es dir zum einen viel Arbeit ab und hat mich zum anderen aber auch auf ganz viele Themenideen gebracht, auf die ich sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Also allein der Content Planner ist schon super gut, es gibt aber natürlich auch noch weitere Funktionen. Du kannst mit Surfer SEO die Suchergebnisse für ein Keyword super detailliert analysieren. Du kannst einzelne Blogartikel optimieren und noch einige Sachen mehr. Ich werde das Tool die nächsten Wochen weiter für meine Seiten nutzen und dann sicher auch mal Videos dazu erstellen und es dir genauer vorstellen. Bis zum 29. November, also bis Montag, kannst du dir noch 30% Rabatt auf den Jahresplan sichern. Oder wenn du monatlich bezahlst, dann sind es 30% Rabatt auf die ersten sechs Monate. Das reicht wahrscheinlich auch schon. Bei vielen SEO-Tools bin ich der Meinung, muss man sie nicht dauerhaft buchen, sondern nur eine Zeit lang, um damit den Content zu planen und zu analysieren. Und da muss man das Ganze ja auch eh erstmal umsetzen und Blogartikel schreiben. Aber ich kann dir Surfer SEO dafür definitiv empfehlen. Bleiben wir mal beim Thema SEO, denn was ich dir in Kombination mit Surfer SEO empfehlen kann, ist die Mangool Suite. Da sind mehrere SEO-Tools enthalten, unter anderem der Keyword Finder, den du zum Beispiel nutzen kannst, um die Ergebnisse aus dem Content Planner, den ich gerade erwähnt habe, noch genauer zu analysieren und weitere passende Keywords zu finden. Funktioniert aber natürlich auch total unabhängig davon, also du kannst auch nur den Keyword Finder für deine Recherche nutzen. Und mit den anderen Tools, die hier dabei sind, kannst du zum Beispiel die Google Suchergebnisse analysieren hiermit. Du kannst die Rankings für bestimmte Keywords tracken. Das finde ich auch sehr nützlich und genau benutze ich auf jeden Fall auch. Und du kannst hier zum Beispiel auch Backlinks checken. Also da hast du auch nochmal eine ganze Menge Möglichkeiten. Auf die Mangool Suite gibt es jetzt 50% Rabatt im ersten Jahr. Ja, zu guter Letzt kommt jetzt noch eine Empfehlung, so ein kleines bisschen ins Blaue hinein. Es geht nämlich um ein Plugin, das ich mir jetzt selber erst am Black Friday gekauft habe. Aber ich habe schon sehr, sehr viel dazu angeschaut, drüber gelesen und freue mich drauf, es jetzt endlich selber zu nutzen. Und zwar geht es um LinkWhisper. LinkWhisper erleichtert dir die interne Verlinkung auf deiner Webseite. Eine gute interne Linkstruktur ist ja ein ganz wichtiger Ranking-Faktor für Google. Und das Plugin nimmt dir da wirklich eine ganze Menge Arbeit ab. Es findet zum Beispiel Blogartikel, die noch nirgendwo verlinkt sind und schlägt dir auch direkt vor, wo du die Links dann setzen könntest. Da habe ich wieder, wie gesagt, selber zugeschlagen dieses Jahr und da werde ich definitiv auch noch ein Video zu machen, in dem ich das Plugin genau vorstelle. Falls du dir aber jetzt den Rabatt sichern willst, dann kannst du das bis zum 30. November tun. Und zwar mit dem Code BLACKFRIDAY und dann sparst du 30 Dollar auf alle Pläne. Das sind also meine Black Friday Highlights in diesem Jahr. Ich hoffe, es ist auch was für dich dabei. Die Links sind, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Noch viel mehr Deals und Rabatte findest du im Blogartikel. Schreib gerne in die Kommentare, ob du dir dieses Jahr am Black Friday ein Tool kaufst, eine Pro-Version von irgendwas, was dein Highlight ist. Ich freue mich, von dir zu lesen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich, von dir zu dir. Ich freue mich, von dir. Das Sch levers abgeholt w �편. Jag brauche ich classy. Vielen Dank.